Okay. Wow. Alter. Der riesige Schanddeck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann diese Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Karoline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Ja, lol, da ist der Big Ben. Anja sitzt am Funkturm in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Okay, schon wieder so ein Headset. Hier steigen Sie aus. Okay, dann machen wir das doch mal. Gehen wir raus. Ja, bis dann. Vergeigen Sie es nicht, okay? Wir versuchen es. Danke. So. Was macht er? Lol. Alter. Ja, jetzt bringt er uns doch... Jetzt bringt er uns doch halb oben, dann hinten ist er noch zu. Alter. Ich habe die Druckwelle bis hierhin gespült. Jetzt hängt alles an Ihnen, Blazkowicz. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms, sieben Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Wir müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann kommen wir mit den anderen Piloten hinein. Hier komme ich wohl nicht weiter. Hier rein. Ja. Lol. Okay, hier komme ich wohl nicht... Doch nicht durch. Dann aber hier. Oh lol. Hier vielleicht vorbei. Oh nicht. Oh nice. Da kann ich mein Ding aufladen. Perfekt. Und das hat es überlebt, oder was? Sehr gut. Ah. Okay. War ich gleich gesehen, dass das... So ein, ähm... Ding hier ist. What the fuck? Ist das ganze Ding weg, oder what? Lol. What for a fe... Alter. Lol, okay. Der ist da eingeklemmt. Whee. Warum geht er da nicht rein? Warum geht er da nicht rein? Was soll man da machen, wenn er da nicht reingeht? Ich pick mich ja schon. Mann, du. Und jetzt bin ich gespannt, wo wir spawnen. Okay, deswegen ist es nicht ganz am Anfang. Oder doch, wir spawnen ganz am Anfang wieder. So, okay. Ah, nein, doch nicht. Da ist der... Komische Hund. Wir müssen jetzt hier über das... Ja, der ist jetzt definitiv down. William, ich habe die Baupläne des Gebäudes. Ist ein langer Weg nach oben. Okay. Oh, lord. Der ist ja schon halber down. So. Easy going. Alter. Scheiße, der will man den... Den verunstalten kann. Das ist wahnsinnig. Oh, oh. Lol. Okay. So. Lol, okay. Ah, nein, wir haben ja auch einen Falldämpfang. Carbon, Blazkowicz. Dann war Wobby's Tod nicht umsonst. Kein Anzeichen vom Auge von London. Scheinbar alles okay. So, Mondkupe erreichen. Oh, wir haben da wieder einen Haufen, Haufen, Haufen Fragezeichen. Und auch direkt hier vor uns. So schräg vor uns müsste auch mal sein. Oh, wir sind da drüben. Ich hoffe, wir können das doch irgendwie erreichen. Alter. Alter, what the fuck. Wir werden ins Auge schließen. Dann hinten. Ist das zerstört oder was? So, easy going. Und jetzt gehen wir dann noch nach hinten. Weil wir haben dort doch noch einiges liegen. Und hier haben wir noch Enigma-Code. Sehr schön. Da kommen wir jetzt rein. Oh, wir haben da noch einiges an Rüstung. So. Ja, da liegt noch mehr. Oder? Ne, das war's. So. Wir nehmen die Pistole. Natürlich mit... Entschaltern. Mit Schaltern. Lol. Ja, natürlich. Die haben mich direkt gesehen. Aber wir haben ja Kanaten. Oh, da ist so ein... So, alter wie viele. Und da ist ja mal ein Lagerraum. Sehr geil. So, haben wir hier direkt noch... Ja, hier vorne haben wir noch. Irgendwie. Schnelle Regeneration. Sehr geil. Ich war noch da gerade vorne, aber ich hab da nichts gesehen. Also, ich muss mir da runter. Alter, was ist denn los? Hat er so ein Scheißgeschütz? Okay, haben wir hier irgendwas? Ja, da vorne haben wir was. Hier haben wir. Was? Bergleute zufrieden mit Regulierungen. Birmingham, 15. Oktober 1916. Vertreter der Bergleute des Gebietes Britannien. Britannien haben heute mitgeteilt, dass sie sehr zufrieden mit den von der Londoner Vertretung vorgeschlagenen neuen Arbeitsregulierungen sind. Die neuen Regulierungen werden für gute Arbeitsbedingungen und eine Steigung der Produktivität des Kohlebergbaus in der Region sorgen, sagte Stadthalter Neumann in einem Gespräch. Eine Gruppe Bergleute in Birmingham hat heute Morgen ihre Zufriedenheit mit den neuen Regulierungen kund. Also, es ist schön, dass unsere Oberhäupter an unserer Gesundheit bedenken, sagte der zweifache Vater James Brixton. Seit dem Krieg haben sich die Dinge wirklich zum Besseren gewendet. So, wir haben jetzt noch das Problem mit dem Vorfeld. Vielleicht muss ich mich ein bisschen mehr an den Ranschleifen. Alter. Oh, ja. Achso, mach ich das. Nein! Fuck. Scheiße. Ich wollte die Waffe wechseln, aber es hat nicht funktioniert. Dammit. Okay. Von vorne. Okay. Hier war doch dieses Gesundheit, ja. Lol. Ich möchte den Rohrwadauern schalten. Okay. Okay. Genau. Ich bin auch noch weg, Junge. Ich небlauen. Ich seh ja hier rein, alles aussammeln. Ich bin mir da reichten, wir dürfen den Nade. Ich versuche zumindest mal darüber zu werfen, ja. Er hat glaubt, funktioniert. So, hier liegt auch noch nicht Nade. Werden wir wieder rüber. lololololo so, da lief noch d'nele noch ein oder nicht? ah, aber geil, hier müssen wir wohl noch ein bisschen das wir haben noch ziemlich viel aber alles voll da haben wir wohl noch irgendwie so jetzt haben wir noch mal so ein enigma wenn wir es noch mal was einsammeln alter ich doch keine nades schlucken hier nur habe ich den grad aufgeworfen mit dem wurfmesser hier muss ich auch noch irgendwie hier weg 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 oder jetzt nicht noch irgendwas aufnehmen mir scheint nicht so muss er ein auge treffen muss ein auge nicht schnell natürlich nachladen auge 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 test ja haben wir es geschafft haben wir Rüstung oh nice und mein Lebenspaket sehr gut jetzt haben wir es geschafft es scheint ja wir müssen hier noch haben wir noch ein bisschen was drum liegen auf jeden fall noch aufnehmen müssen das haben wir ja gelesen hier haben wir hier sonst ja doch wir haben noch zwei sachen so hier können wir noch ein medischock was zum essen im wässer so glaube wir müssen nach unten so jetzt haben wir auch schützen gehen wer würde sehr schön so jawohl rüstungsverbesserung die haben noch irgendwie also ich hatte den legt einer total verschildet oder so Und hier haben wir noch Rüstung Achso, wir haben ja unser Limit erreicht Ähm, somit haben wir irgendwie hier nur noch Ein, ähm, Geheimnis Das scheint mir da oben zu sein Aber ich war ja gerade schon da oben Aber ich vermute mal, dass es hier Dieses, dieser Zettel Ja gut, dann gehen wir hier wieder runter Ja gut, dann gehen wir hier wieder runter